Moin Leute, zieht euch das Vorher-Nachher-Bild hier von Rezo im Rahmen einer Werbung für das Nahrungsergänzungsmittel More Nutrition rein. Ja Rezo, ich verstehe nicht, warum du 90 Tage dafür gebraucht hast, denn jetzt haltet euch fest, mit meinem neuen Produkt Cash Diet und meinem Sponsor Profit Protein konnte ich nämlich ein ganz ähnliches Ergebnis und sage und schreibe 12 Stunden schaffen. Und ich musste dafür nur für das linke Bild richtig viele Bohnen essen, damit ich einen schönen dicken Bauch hatte, mich maximal schlagsig hinstellen, mich nicht rasieren, schön tief einatmen, damit der Bauch dick ist und für das rechte Bild musste ich einfach 10 Sekunden mal die Luft anhalten, meine Muskeln anspannen und ein wenig Beleuchtung anmachen, damit ich leichte Schatten unter den Muckis hatte und die so ein bisschen mehr betone. Aber vor allem etwas Eis für meine Nippelchen war da auch sehr hilfreich. Oh Baby, oh Baby, so hot. Das macht Alexa ganz wuschig. Aber jetzt nochmal ganz im Ernst, denn ohne meinen Sponsoren Cash Cow Shakes und Dollar Complete Whey hätte ich das einfach niemals geschafft. Bevor wir jetzt tiefer in die wissenschaftliche Analyse einsteigen und das hotte Bild von Rezo weiter auseinander nehmen, möchte ich euch noch auf meinen Sponsor Readly aufmerksam machen. Mich fragen immer viele, wie ich mich wissenschaftlich aktuell halte, aber auch mal andere Themen mitbekomme. Die Antwort ist ziemlich einfach. Lesen. Ich bin ein relativ großer Spektrum der Wissenschaft Fan und bei Readly gibt es das Magazin plus alle Sonderausgaben halt komplett und das finde ich halt ziemlich, ziemlich geil. Und hier ziehe ich mir zum Beispiel einen Artikel über Quantencomputer beziehungsweise deren Verschlüsselung rein, was im Übrigen auch bald ein Thema bei uns sein wird, denn wir haben einen Neuzugang, das ist die Atomphysikerin Dr. Lisa Ringena und die hat eine Menge dazu zu erzählen. Naja, außerdem ist das Ganze praktisch, weil ich bei meiner knappen Zeit unterwegs mal auf dem Handy lesen kann oder irgendwie alles sofort verfügbar habe und das Ganze halt auch einfach offline, also man kann die Titel halt auch vorher runterladen. Das Ganze ist jederzeit kündbar, es sind internationale Zeitungen, Magazine verfügbar, also es sind insgesamt 7000 an der Zahl, das ist halt mega heftig und ihr könnt euch auch vorher ohne Anmeldung einfach mal kurz ansehen, was die so alles haben und dann entscheiden. Oder in der Beschreibung ist auch ein Link, mit dem ihr zwei Monate für einen Euro bekommt, also da könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ich fand es wie gesagt ganz cool. Was mich in dem Zusammenhang echt interessiert hat, ist, ob es unterm Strich eigentlich umweltfreundlicher ist, sowas wie Readly zu nutzen anstatt Papier. Bei solchen Dingen muss man nämlich die gesamte Lebenszeit betrachten. Diese Studie hier hat das von E-Reader und Büchern untersucht und dabei tatsächlich ein positives Fazit gezogen, also der größte Negativpunkt, der hier aufgeführt war, dass das man mehr liest und dass es schwer ist, das in die Lifecycle-Analyse einzubeziehen. Bei einem Tablet, was man ja vermutlich sowieso hat, also sich sowieso gekauft hat und Magazinen, die eigentlich auch aufwendiger bedruckt werden, könnte der Impact sogar größer sein. Okay, jetzt zurück zur Analyse von Rezos vorher-nachher-Bild. Denn bei der Sache hier gibt es zwei große Probleme. Das erste ist das sogenannte Identifikationsproblem. Was wir hier nämlich sehen, ist ein sogenannter multifaktorieller, kausaler Zusammenhang. Und was zum Geier soll das jetzt alles sein? Das erkläre ich euch. So, gucken wir uns das Ganze einfach nochmal an. Also wir sehen hier, ein oder mehrere Aktionen von Rezos haben zu diesem Vorher-Nachher-Bild geführt, also quasi von Vorher zu Nachher. So, und das ist ganz einfache Kausalität. Aber welche Einflüsse führten quasi von Vorher zu Nachher oder wissenschaftlicher gesprochen, welche Faktoren? Das beschreibt er in seinem Instagram-Post eigentlich ganz gut selber. Er sagt dann halt, dass es zum Beispiel ein Personal Trainer war, allgemeine Ernährungsumstellung, mehr Sport und auch dann das Produkt, das er da bewirbt, More Nutrition. So, da das jetzt verschiedene, also mehrere mögliche Einflüsse oder Faktoren sind, nimmt man dann das Wort multifaktoriell. Also das bedeutet das jetzt hier ganz einfach. Und das Problem dabei ist, wir wissen jetzt eigentlich nicht, welcher dieser Einflüsse zum Trainingsfortschritt beigetragen haben, geschweige denn wie stark. Also war es jetzt eher der Personal Trainer, war es jetzt irgendwie die allgemeine Ernährungsumstellung oder war es das angeworbene Produkt? Und das ist das sogenannte Identifikationsproblem, das wir hier jetzt sehen. So, das zweite Problem ist die sogenannte anekdotische Evidenz. Und jetzt fragt ihr natürlich, was ist das? Das ist das Gegenteil von empirischer Evidenz. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, super, danke Andreas, jetzt weiß ich Bescheid. Nein, ich erkläre es euch, es ist auch gar nicht so kompliziert, aber es ist ein sehr gutes allgemeines Konzept, um viele Dinge auch einfach gut hinterfragen zu können. Okay, gucken wir uns mal an, was sehen wir eigentlich auf dem Bild? Also es geht ja, wenn wir uns das jetzt einfach mal betrachten, grundsätzlich darum, dass wir da so eine Art von Trainingsfortschritt irgendwie sehen. So, und wissenschaftlich brauchen wir jetzt Evidenz, das heißt Beweismaterial. Evidenz ist also quasi Beweismaterial für diesen Trainingsfortschritt in diesem Fall. So, und von Evidenz gibt es jetzt sozusagen zwei verschiedene Arten, so eine etwas bessere und eine etwas schlechtere. Fangen wir mal mit der guten an und das ist die empirische Evidenz, also der empirische Beweis. Ich glaube, das haben viele von euch schon mal gehört. Das wäre jetzt hier zum Beispiel eine ordentliche Messung des Fettgehaltes, also vorher, nachher, oder der Muskelmasse vorher, nachher, oder der Blutwerte vorher, nachher. Also irgendwas, was ganz klar zeigt, da hat sich was verbessert, also nachvollziehbare, klare Experimente. Die schlechte Art von Evidenz, die wir jetzt hier auch tatsächlich sehen, das ist die sogenannte anekdotische Evidenz, also ein Beweis, welcher weder statistisch noch auf andere Art und Weise wissenschaftlich nachprüfbar ist. Und in diesem Fall ist diese anekdotische Evidenz das Bild hier, was wir sehen. Und ich hatte es euch eben schon gezeigt, da wurde definitiv mit einigen auch optischen Tricks gearbeitet. Ob das jetzt absichtlich oder unabsichtlich war, wissen wir nicht. Aber das ist definitiv kein guter Beweis, der jetzt hier irgendwie nachvollziehbar oder wissenschaftlich irgendwie belastbar ist. Warum so ein Thema auf unserem Tech-Kanal? Passt ja eigentlich nicht. Naja, weil ich vor vier Jahren ziemlich intensiv Triathlon betrieben habe und super anfällig für solche Produkte war und besonders für deren Werbung. Also wenn da irgend so ein Triathlon-Star sowas gezeigt hat, das hat mich schon beeinflusst. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es das nicht getan hat. Aber auch außerhalb dieses eher extremen Sports wird teilweise echt fragwürdige Werbung gemacht. Und ich möchte euch heute einfach gerne mal davor bewahren, einen ähnlichen Fehler zu begehen. Und dafür haben wir Dr. Maren Pottsun am Start. Das ist eine Wissenschaftlerin, genau im Bereich Ernährung, die sich auch exakt mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich sehr, sehr gut auskennt. Und sie findet das alles ziemlich spannend. Oder hier noch ein anderer Fall von nicht so nicer Kommunikation, wo eine Influencerin in ihrer Story schon irgendwie so implizit rübergebracht hat, dass irgendwelche Produkte von Moor super wichtig zum Abnehmen wären. Und das ist natürlich Quatsch. Also man braucht gar kein Produkt dieser Welt, um irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Egal welche Werbung ihr auf Social Media, aber auch in, weiß nicht, Fernsehen oder in Zeitschriften oder so für irgendwas seht, ihr braucht das nicht. So, jetzt mal kurzer Stopp. Und jetzt guckt mal gerade in euch selber rein und befragt euch jetzt mal gerade selbst, was ihr aktuell im Bild von Rezo bekommen habt und wie ich es geschafft habe, das in euch zu erzeugen. Denn die Wahrheit ist, hättet ihr jetzt das ganze Video gesehen und wüsstet die ganze Story, also es ist relativ viel passiert, tatsächlich, also sehr, sehr viel sogar, dann wüsstet ihr auch, dass er sich tatsächlich mit Moor Nutrition ziemlich kritisch auseinandergesetzt hat, auch mit dem Gründer sehr kritisch auseinandergesetzt hat und auch den Vertrag mit denen aufgehoben hat und sich im Nachgang ziemlich verantwortungsvoll gezeigt hat. Also eigentlich schon, kann man sagen, Problem erkannt und behoben. Und ich fand das sogar ganz okay. Also sowas, finde ich, kann passieren und wenn man dann dafür gerade steht, ist das ja auch okay. Und das war jetzt vielleicht mal so eine ganz kleine Lehrstunde in Sachen Medienkompetenz und wie solche Tricks oder auch solche Emotionalisierungen durchaus funktionieren können. Allerdings, und dabei bleibe ich bei der Kritik, was das Vorher-Nachher-Bild angeht, dass ich sowas in vielerlei Hinsicht sehr, sehr problematisch finde, auch wenn er sicherlich einen echten kleinen Erfolg hatte, das sieht man ja, finde ich es dennoch sehr, sehr problematisch, weil man da auch sieht, dass da einfach viel gearbeitet wurde mit Licht und allen möglichen Dingen. Und das suggeriert mit ganz, ganz großer Sicherheit sehr, sehr falsche Dinge und das, klar, finde ich nach wie vor problematisch, da stehe ich auch zu. Okay, so, fangen wir jetzt aber an mit dem Thema, wie viel Kohle steckt eigentlich in dem Markt? Das ist nämlich eine ganze Menge. Okay, wie groß ist der Markt und damit auch die Kohle, die hier umgesetzt wird? Also checken wir erstmal, was eigentlich alles so zu Nahrungsergänzungsmitteln dazu zählt. Und ihr seht, dass jetzt hier zum Beispiel auch Vitamine, Mineralien und so weiter dazu zählen und über 60% der Bevölkerung sowas zu sich nimmt. Ja, Proteine wie unser Dollar Cash Complete Whey immerhin 26%, also immerhin jeder Vierte nimmt irgendwie so einen Whey. Ich gebe zu, ich habe das auch eine ganze Weile lang gemacht, aber ich finde es trotzdem heftig, wie viele Leute das sind. So, und was heißt das jetzt in Geld? Nehmen wir mal dieses Beispiel für den Apothekenumsatz für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland im Zeitraum von 2014 bis 2018. Der Umsatz ist in diesem Zeitraum in knapp 25% auf mehr als 2 Milliarden Euro angewachsen. Und nochmal, hier geht es nur um den Umsatz in Apotheken. Das enthält keinen Online-Handel, Drogerien oder Supermärkte. Spannend bei der Abbildung ist aber, dass man sieht, dass die bereits diskutierten, regulierten Mittel, also zum Beispiel Vitamine, Mineralstoff und so, dabei nur 50% des Umsatzes ausmachen. Schaut man erstmal auf den europäischen Markt, so sind wir bei knapp 22 Milliarden. Wobei hier von Mordor Intelligence, das war kurz ein Bild von Sauron, also die heißen wirklich so, bis 2029 ein Wachstum des Marktes von ca. 50% prognostiziert wird. Das ist schon eine Menge, uns überrascht nicht, dass Weltkonzerne wie Nestle, Bayer, Procter & Gamble und so weiter da natürlich mit am Ball sind. Ähnliche Wachstumsraten werden auch weltweit prognostiziert, wobei man aktuell von einer Marktgröße von etwa 170 Milliarden US-Dollar ausgeht und man sieht, dass es ein ziemlich großes und wachsendes Business ist. Jo, jetzt spreche ich die ganze Zeit von irgendwelchen Pillen, Pulvern, Vitaminen, Proteinen und so weiter und jetzt natürlich die super wichtige Frage, sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich medizinische Produkte, also Arzneimittel und müssen die, und das ist das Allerwichtigste, damit auch irgendwie zugelassen werden und noch, noch viel wichtiger, einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden. Die einfache Antwort ist Nein. Ja, Nahrungsergänzungsmittel fallen in den Bereich der Lebensmittel und eine europäische Richtlinie von 2002, die 2004 in Deutschland in Form der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel, kurz NEM, umgesetzt wurde. Konkret bedeutet das jetzt Folgendes. Im Gegensatz zu Arzneimitteln werden Nahrungsergänzungsmittel nicht zugelassen oder auf ihre Sicherheit geprüft. Es gibt keine richtige Meldestelle, bei der systematisch erfasst wird, ob es Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen gibt. Die Verantwortung liegt hier ganz alleine bei den Herstellern. Nahrungsergänzungsmittel benötigen eine sogenannte Anzeige und das bedeutet, dass ein Muster des Etiketts beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vorgelegt werden muss und das war es dann auch schon. Und wie großartig das als Regulierung funktioniert, sieht man an einem Test, den Report Mainz hier im Jahr 2019 gemacht hat. Sie haben nämlich ein Nahrungsergänzungsmittel angemeldet, auf dessen Etikett das Datura-Extrakt als Komponente genannt wurde und das ist das Extrakt des Stechapfels, also einer der giftigsten Pflanzen in Mitteleuropa, mit dem man potenziell auch einen Menschen einfach mal umbringen kann. Aber bei der Behörde gar kein Thema, ey, mit dem Gift geil. Und zwei Monate nach der Anzeige hat sich niemand daran gestört, dass man hätte das Produkt jetzt ganz offiziell auf den Markt bringen können und das haben die natürlich nicht gemacht, das wäre wahrscheinlich auch irgendwie echt schief gegangen. Aber man kann sich jetzt trotzdem die Frage stellen, wie konnte das überhaupt passieren? Und das Problem ist relativ simpel. Für die Überwachung sind rund 400 Landkreise und kreisfreie Städte zuständig und die haben schlicht und einfach keine Kapazitäten, die über stichprobenartige Kontrollen hinausgehen. Da fühlt man sich tatsächlich wirklich sicher. Insbesondere, wenn man sich mal vor Augen hält, dass zum Beispiel 2018 allein 8.000 neue Nahrungsergänzungsmittelprodukte registriert wurden. Das ist eigentlich echt irre, wenn man sich das überlegt. Und jetzt ist schon verständlich, dass Verbraucherzentralen strengere Regeln fordern. Also auch zum Beispiel Politiker wie Renate Künast fordert hier ähnlich strenge Zulassungsverfahren wie bei den Arzneimitteln. Und selbst die Große Koalition hat 2021 von der Europäischen Union eine Neuregelung mit strengeren Regeln gefordert. Vom Bundesinstitut für Risikobewertung gab es bereits 2004 und auch nochmal in aktualisierter Fassung 2021 Vorschläge für Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln. Tja, und wie sieht die Realität aus? Eine Studie aus dem Jahr 2020 hat im Rahmen einer Untersuchung festgestellt, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Nahrungsergänzungsmittel aus dem stationären Einzelhandel die Höchstmengenvorschläge für Vitamine und Mineralstoffe überstreiten. Richtig geil. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich noch. So, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich spreche jetzt die ganze Zeit über Vitamine und Mineralstoffe. Und was ist jetzt zum Beispiel mit Proteinen und den anderen Nahrungsergänzungsmitteln? Und es gibt genauso wenig Regulierung dafür wie für die anderen Sachen auch. Also da gibt es tatsächlich jetzt keinen Unterschied. An einer anderen Stelle verbreitet STRG-F die folgende Aussage auch völlig unkritisch. Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Ja? Ist es so? Hm, weiß ich nicht. Also von solchen Leuten braucht kein Mensch jemals, weil sie nicht Vitamin D supplementieren. Oder Schwangere, wenn die sich normal ernähren, brauchen auf keinen Fall über Ergänzung nachdenken. Wirklich? Solche Aussagen einfach so pauschal in den Raum zu stellen, kann sogar im Zweifel gefährlich sein. Denn erstmal ist gar nicht klar, was das heißt. Was ist denn eine normale Ernährung? Das hier stammt aus einem Video von Rezo, wo er STRG-F stark kritisiert. Und falls ihr die nicht kennt, STRG-F ist ein öffentlich-rechtlicher YouTube-Kanal mit ca. 1,2 Millionen Followern. So, aber stimmt es jetzt, was er da sagt? Also, was ist eigentlich ein normaler Mensch? Und wir haben für dieses Video Dr. Maren Pottsum eingeladen. Und sie ist promovierte Ernährungswissenschaftlerin an der im Bereich der Lebensmittelforschung in Deutschland ziemlich renommierten Universität Hohenheim. Und sie hat uns bei der Einschätzung mancher Aussagen geholfen. Also Maren, was ist ein normaler Mensch? Ja, also jemand, der sich vollwertig ernährt, keine Erkrankung hat und keinen erhöhten Bedarf hat, benötigt eigentlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Ein besonderer Bedarf kann jetzt sein, wenn man einen Kinderwunsch hat, schwanger ist, stillend, Säugling oder ein Kleinkind ist oder eben eine besondere Ernährungsweise hat, wie zum Beispiel die vegane Ernährung. Und eine vollwertige Ernährung bezieht sich hier auf die FBDGs oder die Food-Based Dietary Guidelines von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da werden eben die Referenzwerte berücksichtigt. Also zum Beispiel, wie viel Calcium oder Magnesium wird benötigt. Das heißt, wenn man sich jetzt an diesen FBDGs orientiert und gesund ist, hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit alle seine benötigten Nährstoffe gedeckt. Ja, unterm Strich kann man jetzt hier sagen, dass Rezo das tatsächlich besser und differenzierter eingeordnet hat als STRG F. Also kann man so stehen lassen. Wobei er folgende Fragen noch offen gelassen hat. Wenn du zu einer Gruppe gehörst, die einen erhöhten Bedarf hat, muss es dann unbedingt sowas Teures wie More Nutrition sein? Oder sollte ich da nicht lieber zum Arzt gehen? Ich denke, die Antwort kennt ihr selber. Und sollte man sich sowas überhaupt selber verabreichen? Und ich glaube, auch die Antwort ist jetzt rübergekommen. Und schätzen sich die Leute überhaupt richtig ein? Das heißt, wenn ich eine Selbstmedikation mache, schätzen sich die Leute da richtig ein? Schauen wir mal, was die Wissenschaft dazu sagt. Ja, laut einer Studie des Bundesamtes für Risikobewertung, also kurz BFR, wurden bei 16% der dort befragten Menschen einen Vitaminmangel festgestellt. Also wirklich dann nachgewiesen. Und 18% der Leute vermuteten einen Vitaminmangel bei sich. So, das passt tatsächlich erstaunlich gut überein. Aber es sind auch noch mehr Leute, als ich gedacht hätte. Also so, die einen Mangel wirklich haben. Aber noch spannender ist folgender Punkt. Und 56% nehmen aber solche Tabletten. Das ist eigentlich erstaunlich. Also wenn das nur 18% bei sich vermuten und 56% es nehmen, dann kann man eigentlich die Frage stellen, warum? Also ist das jetzt einfach gutes Marketing? Oder ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Und wenn ihr hier eine gute Hypothese habt oder vielleicht auch eigene Erfahrungen, dann haut raus, schreibt einen Kommentar. Ich finde es echt spannend. Man sollte aber auch noch dazu sagen, die genannten Zahlen vom BFR sind natürlich auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil es sehr darauf ankommt, wie die jeweils ermittelt werden. Also zum Beispiel das Robert-Koch-Institut kommt beispielsweise bei Vitamin D je nach Jahreszeit auf eine Mangelversorgung bei von fast 50% der Menschen. Gerade für saisonale Effekte könnt ihr auch nochmal beim Bundeszentrum für Ernährung nachlesen. Spannend ist aber auch, wie Wissenschaftler Empfehlungen für solche Nährstoffe erarbeiten. Also aktuell läuft zum Beispiel die sogenannte MEAL-Studie des BFR. MEAL steht für Mahlzeiten für die Expositionsschätzung und Analytik von Lebensmitteln. Super geil. Ja, wenn das nicht mal aus dem Titel-Generator gekommen ist. Okay, das startet vom Einkaufszettel, für den ermittelt wurde, welche Lebensmittel in Deutschland am häufigsten von Verbrauchern verzerrt werden. Dann geht es über mehrere Schritte weiter und am Ende der Kette wertet das BFR-Meal dann aus, welche Stoffe die Bevölkerung täglich in welcher Konzentration wirklich aufgenommen hat. Also die versuchen das wirklich so gut wie möglich abzubilden, was real passiert. Und aus diesen Ergebnissen werden dann die Verzehr-Empfehlungen abgeleitet. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also es ist gut gemacht, denke ich, so wie ich es jetzt zumindest gelesen habe. Ein anderes Produkt, das sehr stark in Podcasts und von Influencern und auch sehr bekannten Triathleten beworben wird, ist AG1. Das steht für Athletic Green. So, und ach ja, falls ihr für den Fall das immer nicht glaubt, dass man vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in Arzt konsultieren sollte, hier mal ein kleiner Hinweis von ihrer eigenen Webseite. So, aber was ist jetzt in dem Zeug drin, also in AG1 quasi? Es ist ja nicht ganz billig, da kann man sich ja schon die Frage stellen, was trinkt man da oder frisst man da oder was weiß ich, wie spritzt man sich? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Grob kann man es in folgende Dinge aufteilen. Da sind drin Multivitamine, Multimineralstoffe, Bakterienkulturen, Ballaststoffe, Antioxidantien, hochwertige Pilze und natürliche Pflanzenstoffe. Also es ist eine ganze Menge an Zeug. Und wir haben jetzt hier wieder die Wissenschaftlerin befragt und sie bezeichnete die Liste als spannend. Ja, was heißt das jetzt? Einige der Zutaten sind nicht Teil einer normalen Ernährung. Also wissenschaftlich ausgedrückt fehlt hier einfach die Hypothese, was diese Stoffe eigentlich bewirken sollen. Neben dem Punkt, ob einzelne Stoffe überhaupt irgendeine positive Wirkung haben, sollte man dabei auch nicht außer Acht lassen, ob ein solches Wirkstoffgemisch überhaupt sicher ist. Also bei der Einnahme solcher Mischungen können sich Stoffe in ihrer Wirkung gegenseitig hemmen, verstärken oder auch eine andere Wirkung haben. Aber schauen wir uns das nochmal ganz genau an und checken das Ganze auf wissenschaftlicher Basis. So und die Frage, die man sich jetzt hier stellen muss, wie sieht es denn jetzt mit wissenschaftlicher Evidenz bezüglich der Wirkung aus? Und AG1 bezieht sich auf ihrer Webseite auf eine von einem unabhängigen Institut durchgeführte einarmige Studie mit einer Teilnehmeranzahl von sage und schreibe 35 Leuten. Und dabei haben 97% der Teilnehmenden weniger Heißhunger und mehr anhaltende Energie verspürt. Okay, mehr anhaltende Energie und weniger Heißhunger, sei mal dahingestellt, da kann ich mir noch was drunter vorstellen. Aber was zum Geier ist eine einarmige Studie? Und was ist davon zu halten? Das Deutsche Register für klinische Studien erklärt dazu in seinem Glossar. Und das bedeutet ganz einfach, es gibt keine Vergleichsgruppe, die eine andere Behandlung oder ein Placebo bekommt. Also normalerweise bekommt eine Gruppe dann zum Beispiel das Nahrungsergänzungsmittel und die andere Gruppe dann ein Placebo. Und dann kann man das relativ gut vergleichen. So, was kann man jetzt eigentlich wissenschaftlich oder statistisch von so einer Studie halten? Also allgemein auch so, damit ihr das vielleicht versteht, was das bedeutet. Sonst gibt es fünf Punkte, die hierfür echt wichtig sind. Und ich erkläre euch die jetzt mal an einem konkreten Beispiel. Wir nehmen jetzt mal eine fiktive Studie, die irgendein neues Diätmittel namens Bauch weg, ob die Elite Beschiss Drops Flavor anbietet. Und ich gehe jetzt mal mit euch die Punkte durch, die wichtig sind, um so eine Studie, eine Qualität der Studie zu bewerten. Das erste ist die Variabilität. Wenn wir jetzt einfach mal 35 Personen haben, die das Zeug ausprobiert haben, könnten einige stark abnehmen und andere nur ein wenig und vielleicht andere auch gar nicht. Und diese Unterschiede, also innerhalb dieser Gruppe, das ist die Variabilität. Und jetzt stellt euch mal vor, einige der Teilnehmer haben während der Studienzeit kurz vorher angefangen, Sport zu treiben. Also einfach rein zufällig oder besser zu essen oder so. Das kann ja auch völlig unbewusst passieren, ohne dass das in die Studie jemals einfließt. Und diese Teilnehmer würden dann viel stärker abnehmen als die anderen. Und das macht es natürlich schwerer, das eigentliche Ergebnis des Diätmittels zu bewerten. Also einfach, weil die Streuung innerhalb der Gruppe so groß ist. Also hier geht es wirklich um die Schwankungen der einzelnen Messungen, der einzelnen Gruppen. Das zweite ist die statistische Power oder auch Trennschärfe genannt. Statistische Power ist in dem Zusammenhang die Wahrscheinlichkeit, dass eine Studie den untersuchten Effekt überhaupt erkennt, falls dieser existiert. Also nehmen wir mal an, das Zeug hilft jetzt wirklich. Also die Leute nehmen ab, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Dann würde dieser Effekt bei 35 Teilnehmern vielleicht gar nicht auffallen, weil die Stichprobe zu klein ist, um den kleinen Effekt zu erkennen. Das dritte ist die Verallgemeinerbarkeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch gar nicht so leicht festzustellen ist. Wenn jetzt die 35 Teilnehmer alle junge Erwachsene sind, könnten die Ergebnisse für andere Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel ältere Menschen oder Kinder, anders ausfallen. Die Ergebnisse dieser Studie wären somit nicht ohne weiteres auf die gesamte Bevölkerung übertragbar. Und davon gibt es natürlich zigtausend Beispiele. Also das ist ein ganz schwieriger Punkt. Der vierte Punkt ist, wenn man keine Vergleichsgruppe hat. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass das hier der Fall war. Wenn eine Studie zum Beispiel kurz nach Weihnachten durchgeführt wird und alle Teilnehmer vorher ordentlich gegessen haben, könnten sie danach ja abnehmen. Also einfach, weil die Feiertage vorbei sind und sie wieder zu ihren normalen Essgewohnheiten zurückfinden. So, und ohne eine Kontrollgruppe, die kein Diätmittel erhält, könnte man jetzt nicht feststellen, ob das Mittel überhaupt einen zusätzlichen Effekt hat. Also ich wüsste es dann ja nicht. Die würden abnehmen, hätte ich jetzt aber die Kontrollgruppe, würden die auch abnehmen und vermutlich genauso viel. Und das heißt, ich würde dann erkennen, okay, das hat mit dem Mittel nichts zu tun. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das fünfte ist die sogenannte Verblindung. Also wenn Teilnehmer und oder die Forscher zum Beispiel wissen, wer das Diätmittel erhält und wer nicht, das kann die Ergebnisse ganz klar beeinflussen. Also Teilnehmer, die wissen, dass sie so ein Diätmittel erhalten, können sich anders verhalten oder ganz andere Erwartungen haben, was zu einem Placebo-Effekt führen könnte. Und eine doppelverblindete Studie, bei der weder die Teilnehmer noch die Forscher wissen, wer das Mittel erhält, ist hier eigentlich der Standard. Also so muss man das machen. So, und übrigens, die Studie von LG1 hat in meinen Augen bei all diesen Kriterien ernste Probleme. Und ist nach meiner Meinung, aber auch nach der Meinung von Dr. Maren Pottsson wissenschaftlich fragwürdig, beziehungsweise lässt keine sicheren Schlüsse oder allgemeinen Aussagen zu. Ja, wie sieht es mit Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und so aus? Zählen wir uns mal das Beispiel Kurkuma rein, beziehungsweise den darin enthaltenen Stoff Kurkumin. Diese Wurzel ist eigentlich ein Gewürz. Also das kennen relativ viele halt irgendwie. Ich benutze es auch gerne als Gewürz. Hier und da macht das total Sinn. Manchmal auch als Färbungsmittel so ein bisschen. Und dem werden sehr, sehr viele positive Dinge nachgesagt. Und sucht man bei Amazon zum Beispiel nach Kurkuma, da findet man sofort das Wort hochdosiert und jede Menge Tabletten, die wohl kaum als Gewürz verwendet werden. So, und erinnert euch an die fehlende Regulierung. Also das wird anscheinend nicht wirklich überprüft. Und daher die Frage, wie safe ist das jetzt? Oder gibt es da irgendwie Probleme? Und ja, tatsächlich. Denn bei der Einnahme dieser Tabletten kann man mal locker zwei bis drei Gramm dieses Stoffes aufnehmen. Und auch wenn, wie gesagt, keine behördlichen Regelungen dafür existieren, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung für noch viel mehr Stoffe wie eben auch Kurkumin Empfehlungen, für die akzeptable tägliche Aufnahmemenge gegeben. Und die liegt bei drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn wir mal rechnen, du wiegst jetzt 100 Kilo, dann ist die oben genannte Menge von drei Gramm pro Dosis locker das Zehnfache dessen, was man eigentlich zu sich nehmen sollte. Und mit den Folgen einer dauerhaften Überdosierung ist wirklich nichts zu spaßen, denn es gibt inzwischen Fallstudien, die bei Einnahme über einen längeren Zeitraum von Leberschäden berichten. Okay, aber warum gibt es jetzt diese ganzen positiven Berichte? Denn das sind ja auch wissenschaftliche Studien. Und in diesem Nature-Artikel wurde Kurkumin mal als eines von mehreren chemischen Trickbetrügern bezeichnet, denn in Laborstudien führt es hier häufig zu vermeintlich positiven Wirkungen, die sich im Großen und Ganzen aber bei Menschen noch nicht seriös bestätigen lassen konnten. Mai hat das zum Beispiel auf ihrem Kanal mal ganz gut erklärt. Ein anderes Beispiel ist jetzt hier in dem Zusammenhang auch Vitamin E. Auch hier gibt es Hinweise zum Zusammenhang der Einnahme von hochdosiertem Vitamin E und Prostatakrebs. Auch bei Einnahme von Vitamin E in Kombination mit Beta-Carotin scheint es zumindest für Raucher noch ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko zu geben. Ein weiteres total interessantes Beispiel ist Calcium. Also vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass man bei der Einnahme von bestimmten Antibiotikas keine Milch trinken soll. Und das liegt bei der Antibiotika der Gruppe der Tetrazykline daran, dass sie mit dem Calcium aus der Milch eine Verbindung eingehen, die vom Körper so tatsächlich nicht mehr gut aufgenommen werden kann. Und da spricht man dann von unresorbierbaren Komplexen. Und nimmt man nun Calcium als Nahrungsergänzungsmittel zu sich, also in Reinform, dann hat das die gleichen negativen Effekte wie jetzt die Milch. Das sind ein paar Beispiele für Neben- und Wechselwirkungen, die zum Teil auch nur auf Einzelfallstudien beruhen und oft eigentlich auch noch gar nicht richtig verstanden sind. Also das Thema ist wirklich super komplex und ich meine, ihr könnt euch vorstellen, bei der Vielzahl an Stoffen und allen möglichen Dingen ist das auch einfach gar nicht machbar. Wichtig ist dabei einfach nur, man sollte nicht bedenkenlos, nur weil man ein Nahrungsergänzungsmittel im Supermarkt zum Beispiel kaufen kann, denken, dass das nicht gefährlich sein kann. Also man sollte hier schon ein bisschen aufpassen, auch auf sich selber einfach und nicht ganz bedenkenlos da allem trauen und hoffen, dass irgendwer das überprüft hat oder auch nicht. Denn am Ende seid ihr für euch selber verantwortlich. Und ich glaube, dessen sollte man sich hier nochmal bewusst werden. Okay, das war's Leute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkel der Nahrungsergänzungsmittel, der Statistik, aber auch so von wissenschaftlicher Herangehensweise bringen. Und bitte euch ein bisschen auf eure Gesundheit aufzupassen und auch zu überlegen, was ihr da wirklich eigentlich schluckt oder halt auch nicht. Ich hoffe, dass euch die wissenschaftlichen Grundkonzepte, die ich gezeigt habe, so ein bisschen helfen, vielleicht allgemein gewisse fragwürdige Werbungen und so weiter ein bisschen zu sezieren oder halt zu zerstören, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ist mir eigentlich egal. Ich hoffe, es hilft euch dabei. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.